In diesem Video zeige ich euch, was das Switch-Konstrukt ist und was man damit machen kann. Im letzten Video habe ich euch das DateObject vorgestellt, das Datumsobjekt, das dazu da ist, um mit einem Datum zu arbeiten, oder beziehungsweise mit Zeitpunkten. Und ich habe euch die Aufgabe gestellt, dass ihr eine Funktion schreibt, der man ein Datumsobjekt übergeben kann, und diese Funktion gibt den Namen des Monats zurück, der durch dieses Datumsobjekt repräsentiert wird. Alternativ, hatte ich euch gesagt, könnt ihr auch das so machen, dass man den Index des Monats übergibt. Wenn ihr die Funktion bisher noch nicht geschrieben habt, pausiert mal das Video und schreibt die mal selbst, ansonsten zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Öffnet wieder eure Konsole. Wir schreiben eine Funktion, also beginnen wir mit Function, und ich nenne die Funktion mal getMonthName. Und dieser Funktion kann man ein Datumsobjekt übergeben, oder falls ihr euch für den Index des Monats entschieden habt, dann halt sowas. Übrigens könnt ihr hier etwas sehr interessantes sehen. Wir haben hier mehrere Wörter, getMonthName, das heißt übrigens auf Deutsch get, also bekommen, lese aus in diesem Fall so in die Richtung, den Namen des Monats, also Monatsname. Und diese Wörter trennen wir nicht mit Leerzeichen, das geht eh nicht, man kann, man darf keine Leerzeichen in einem Funktionsnamen oder in einer Variable haben. Aber wir könnten ja zum Beispiel Unterstriche benutzen. In PHP zum Beispiel wird das so gemacht, da werden Unterstriche genommen, um solche Namen voneinander zu trennen oder um solche Wörter voneinander zu trennen, die aber in einem Funktionsnamen oder Variablen Namen zusammenstecken. In JavaScript ist das anders, da trennt man die Wörter voneinander, indem man den Anfangsbuchstaben des jeweiligen Wortes groß schreibt und den allerersten Buchstaben klein, wenn es ein Variable-Name oder ein Funktionsname ist. Wenn wir wollten, könnten wir auch hierbei in JavaScript diese Unterstriche benutzen, aber wir machen das nicht, weil diese Schreibweise hier in JavaScript üblich ist und auch hier seht ihr das, was ich euch schon mal erklärt habe, das ist hier auch eine Konvention. Das schreiben wir nicht so aus einer technischen Notwendigkeit heraus, sondern einfach, weil das in dieser Sprache so üblich ist. Diese Schreibweise hat auch einen eigenen Namen. Wenn ihr euch diese Buchstaben hier anseht, ist das quasi ein langes Wort mit da drin ein paar Großbuchstaben und weil das dann durch die Großbuchstaben quasi sowas wie hügelig aussieht, heißt diese Schreibweise Kamel-Schreibweise oder im Englischen Camel-Case. Das dazu. Jetzt beginnen wir mal unsere Funktion zu schreiben. Was wir brauchen, ist der Index des Monats, der durch dieses Datum hier repräsentiert wird. Also erstellen wir mal eine Variable, die ich Month-Index nenne. Auch da könnt ihr wieder dieses Camel-Case sehen. Und das setze ich auf date.getMonth. Das ist die Methode, die ich euch auch im letzten Video schon vorgestellt habe, die halt den Index des Monats zurückgibt. Wenn ihr jetzt ein Array gemacht habt mit den Monatsnamen und dann in Form von Month-Names, also wenn ihr das Array so genannt habt, Month-Index so darauf zugegriffen habt, dann wart ihr sehr schlau, denn das ist wirklich die einfachste und effektivste Methode. Es könnte aber auch sein, und das vermute ich jetzt einfach mal, dass ihr if benutzt habt. Wenn wir jetzt ein Array so genannt habt, dann haben wir Januar. Ansonsten falls Month-Index 1 war, haben wir Februar. Ich kopiere das mal, damit ich das nicht jedes Mal neu eingeben muss. Falls Month-Index 2 ist, haben wir März. Bei 3 haben wir April, dann kommt bei 4 der Mai, danach kommt der Juni bei 5, anschließend der Juli und danach der August, gefolgt vom September. Woraufhin der Oktober kommt, bevor schließlich der November und dann der Dezember kommt. Beziehungsweise hier könnten wir theoretisch auch das if rausnehmen und nur else schreiben. Probieren wir das mal, erstellen wir die Funktion so und rufen jetzt die Funktion auf mit einem neuen Datum und wir bekommen März zurück, weil jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, März ist. Wenn wir einen anderen Monat ausprobieren, nehmen wir mal irgendwie 6, dann bekommen wir Juli. Die Funktion funktioniert also, allerdings ist das hier sehr redundant, also es ist sehr viel Gleiches drin. Wir haben, wir vergleichen zum Beispiel jedes Mal den Month-Index mit einer Zahl und wir gehen jede Zahl durch und geben dann den entsprechenden Namen zurück. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit, das zu vereinfachen? Gibt es vielleicht speziell für solche Fälle, wo man eine Variable hat und man möchte die verschiedenen Werte, die die Variable annehmen kann, durchgehen und je nachdem, welchen Wert die Variable dann hat, irgendetwas tun? Natürlich gibt es sowas, und zwar das sogenannte Switch-Konstrukt. Das Switch-Konstrukt funktioniert so, dass man oben eine Variable oder einen Ausdruck angibt, der bestimmte verschiedene Werte annehmen kann. Und innerhalb dieses Switches geht man dann die verschiedenen Werte durch, also zuerst den ersten Wert, dann den zweiten Wert, dann dritten, vierten, fünften, je nachdem, wie viele verschiedene Werte dieser Ausdruck annehmen kann. Und ganz unten, wenn man möchte, kann man noch ein Verhalten angeben für alles andere. Das entspricht im Grunde diesem else im if. Wenn das davor nicht zugetroffen hat, dann kann man hier jetzt Code ausführen für alles andere. So sieht das beispielhaft mal aus. Wir haben eine Form und wir wissen nicht, wie die Form aussieht und gehen deswegen die verschiedenen möglichen Formen durch, man kann das bisschen mit so einer Schablone vergleichen. Wir gucken, ob die Form dem ersten Wert in der Schablone entspricht, nein, das ist nicht der Fall, dann gucken wir beim zweiten, geht auch nicht, aber beim dritten, da passt die Form durch. Und daraufhin wird dann dieser Code dort ausgeführt. Schreiben wir dann mal also unsere Funktion getMonthName so um, dass es dieses Switch-Konstrukt benutzt. Wir haben wieder am Anfang den Month-Index, der aus date getMonth entsteht oder halt, der den Wert, diesen Rückgabewert von date getMonth bekommt. Und dann mache ich mal eine Variable, die ich Month-Name nenne und die setze ich jetzt noch nicht, denn die wird dann jetzt im Switch-Konstrukt gesetzt. Wir gehen den Month-Index durch und dann haben wir Case 0. Und im Fall von 0 ist, also falls Month-Index 0 ist, haben wir Januar, das heißt, der Month-Name wird auf Januar gesetzt. Kopiere ich das mal und jetzt haben wir bei eins Februar und bei zwei haben wir März und bei drei April und bei vier haben wir Mai, anschließend bei fünf Juni, danach mit sechs Juli, wonach der August kommt, bevor mit Index 8 der September da ist und bei neun der Oktober, bei zehn dann schließlich der November und der letzte Monat ist der Dezember. Hier könnten wir theoretisch dann auch default schreiben, einfach wenn die anderen nicht zugetroffen haben, dann würde das hier zutreffen, aber ich lasse es jetzt mal bei Case 11. Und zurückgegeben wird dann der Month-Name. Probieren wir das mal aus und rufen das auf mit dem Argument, das wir davor hatten. Hier müsste Juli rauskommen, führe ich das mal aus und es kommt Dezember raus, was ist denn jetzt los? Als Monat haben wir hier 6 übergeben, das heißt, eigentlich müsste das hier bei Case 6 reingesprungen sein. Und das ist es auch. Es gibt nur ein Problem. Ab der Stelle, wo der Wert quasi durch die Schablone durchpasst, wird nicht nur der Code dahinter ausgeführt, sondern ab da auch von allen folgenden Werten. Dieses Verhalten heißt fall-through, durchfallen quasi. Es wird durch den Code der anderen nachfolgenden Werte durchgefallen und dieser Code wird ausgeführt, so kann man sich das vorstellen. In manchen wenigen Fällen ist dieses fall-through-Verhalten tatsächlich nützlich, aber in den allermeisten Fällen ist es unerwünscht, da möchte man nicht, dass das durchfällt, sondern dann möchte man, dass nur der Code für diesen Wert ausgeführt wird. Das ist in 97% aller Fälle so, das hat eine Untersuchung ergeben. Nur in 3% aller Fälle will man wirklich dieses fall-through-Verhalten nutzen. Um zu verhindern, dass der nachfolgende Code auch ausgeführt wird, muss man ein Break schreiben, das, was ihr auch schon aus den Schleifen kennt. Mit dem Break stoppt man die Ausführung des Codes an der Stelle und erst der Code außerhalb des Switch-Konstrukts wird weiter ausgeführt. Auch wir brauchen das dann quasi in unserer Gent-Monthname-Methode und das bedeutet, dass wir hier hinter einfach dann überall Break schreiben müssen. Führe ich die Methode jetzt nochmal aus, beziehungsweise definiere ich die mal so und jetzt führe ich sie aus und jetzt kommt tatsächlich März heraus und wenn wir nochmal das mit diesem Datum mit Juli aufrufen, kommt auch jetzt endlich wieder Juli heraus. Ein Beispiel, wo wir das fall-through-Verhalten tatsächlich nutzen können, ist diese Funktion hier. GetSeason liefert die Jahreszeit als String zurück und auch hier gehe ich den Month-Index durch, also den Index des jeweiligen Monats und im Fall von Dezember oder Januar oder Februar liefert das Winter zurück, d.h. da wollen wir, dass der Code ausgeführt wird, nicht bei einem der Fälle, sondern bei mehreren und da können wir vom fall-through-Verhalten Gebrauch machen. Das heißt, diese Funktion hier gehört zu den wenigen drei Prozent, die das fall-through-Verhalten tatsächlich nutzen. Das ist also das Switch-Konstrukt. Im nächsten Video gibt es wieder eine kleine Übung, da werden wir eine Nutzereingabe verarbeiten. Der Nutzer gibt ein Datum ein und wir geben aus, welcher Wochentag dieses Datum ist. Um das nächste Video zu sehen und die Übung zu machen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte oder falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, z.B. bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran.